Startups, Unternehmen, Wissenschaftler, die kommen normalerweise so nicht zusammen. Wir bringen die heute alle zusammen und wenn die sich untereinander kennenlernen, austauschen, am besten noch neue Ideen entwickeln, wo neue Projekte daraus entstehen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Digitalisierung in der Industrie ist ein Megathema. Es gibt schon Automatisierung seit 20 Jahren. Die Industrie Tech Innovation Night ist ein super Format, wo man sieht, wie Strukturwandel im rheinischen Revier im Rhein-Kreis Neuss gelingen kann. Industrie Tech Night in einem Satz ist für mich ein erfrischendes Event mit coolen Ideen bei einer grandiosen Location und es ist eine tolle Gelegenheit eigene Ideen vorzustellen, zu entwickeln und dann auch erfolgreich zu den Netzwerk. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.